Heute gibt es einen neuen Vlog von Chris und Mareike Vloggen. Heute mal was weihnachtliches. Viel Spaß. Hat das weg. Herzlich willkommen zu heute neuen Video und frohe Weihnachten. Schon nachträglich wie auch immer. Wir fahren heute in den Centerpark.de im Hof das aller allererste Mal. Und das Besondere für uns ist, dass wir diesmal kein Bungalow haben, sondern ein Hotelzimmer. Wir waren jetzt bei meinen Eltern Heiligabend. Also es ist Heiligabend. Und wir fahren jetzt noch an zwei Stunden ungefähr Richtung Amsterdam. Das ist kurz vor Amsterdam. Und wir werden noch ein paar schöne Tage erleben. Genau. Eiselmeer. Direkt am Eiselmeer. Am Wallaby Holland liegt der Centerpark.de im Hof. Und wir haben ganz viel geplant. Wir haben Brunch gebucht. Wir haben Luxus-Weihnachtsbuffet gebucht. Normales Buffet. Fuego. Schwimmen gehen wir. Bowlen gehen wir. Schwimmen. Fahrrad fahren. Wachstum. Mit meinen Eltern. Das wird sehr, sehr ausführlich. Wieder das Video über fünf Tage. Also haltet durch. Und jetzt geht es los. Zwei Stunden fahre ich. Wetter ist eine Katastrophe. Es regnet ununterbrochen. Aber ja. Und windet sehr. Es ist wirklich sehr, sehr windig. Naja, wir hoffen, dass wir trotzdem einen schönen Aufenthalt haben. Und sind sehr gespannt, wie uns der Centerparks gefällt. Erstbesuch ist immer besonders. Dann würde ich sagen, ich gebe Gas. Es gibt Gummi. Mein Freund. Und Kupferstecher. Musik So. Ein bisschen weihnachtliche Impression habe ich euch schon gezeigt. Weil wir das Auto gerade auf den Parkplatz gefahren haben. Und haben unser Gepäck halt direkt ins Hotelzimmer gebracht. Parken. Eine Katastrophe. Aber das sagt Mareike euch gleich. So. Wir sind im Hotel. Ja. Alles sehr modern, neu. 211 ist unsere Zimmernummer. Meine Eltern haben 201. Preis blende ich euch unten ein. Für von Sonntag bis Freitag. Fünf Nächte. Und Mareike zeigt euch jetzt den Bungalow. Und Mareike zeigt euch jetzt das Zimmer. Ja. Reinkommen. Bitte. Ist kein Bungalow. Stimmt. Hast du das gesagt? Hallo. Wir sind da. Voll das schöne Zimmer. Wie aus dem Bungalow. Ist aber kein Bungalow. Vorab. Die Putzleute haben Putzlappen hier vergessen. Den schmeiße ich. Also den häng ich gleich draußen irgendwo hin. Da haben wir einmal eine Garderobe. Ah. Da ist eine Garderobe. Nur zu wissen. Und eine Nische, wo die Schuhe hin können. Beziehungsweise der Koffer. Der kann auch in die Dampfdusche. Oder gehe ich glaube ich nicht rein. Ich möchte da duschen gehen. Dann kannst du da duschen gehen. Ja. Wir haben hier einmal eine kleine Bar. Natürlich ist es nicht wie im Bungalow, dass man hier eine Küche hat. Aber man hat wenigstens einen Kühlschrank. Das finde ich super. Das ist auch das, was wir brauchen. Die anderen Sachen haben wir einfach nicht gebraucht. So. Hier ist ein kleiner Kleiderschrank drin. Genau. Hier ist ein Safe drin. Dann haben wir hier Badezimmer Nummer 1. Mit Waschbecken. Da wir ein Hotelzimmer haben, haben wir Amenities. Also Shampoo, Duschgel, Salve etc. Dann haben wir hier. Laut Norbert ist das hier eine Dampfdusche oder so. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich drück's lieber nicht. Aber hier wäre auch Licht drin. Hier geht der Chris duschen. Ich möchte das nicht. Was möchtest du nicht? Da duschen gehen. Ne, da ist Technik hinter. Das wollen wir nicht. Wollen wir es auch noch filmen? Die sieht nicht so schön aus. Die sieht aus wie in so einem Ebis Budget Hotel. Ist nicht so schön. Geht auch nicht duschen. Ist ja egal. Dann haben wir hier einmal unseren Living Room. Hier ist ein schöner großer Fernseher. Von Samsung. Wir müssen hier Fernsehen gucken. Können wir nicht Fernsehen gucken. Gucken wir mal Bettfernsehen. Dann haben wir hier eine Couch. Die ist jetzt vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Hier ein Tisch. Sogar ein Kamin hier drin. Mit einem Aschenbecher. Drinnen wird nicht geraucht. Wir brauchen eh nicht. Haben wir eine Terrasse? Wir haben eine Terrasse. Allerdings zeigen wir die euch morgen, wenn es hell ist. Die anderen Zimmer haben Balkone oder halt Terrassen. Hier haben wir einen Zettel, wenn wir nicht gecleanen haben wollen. Morgen zum Beispiel brauchen wir das nicht. Unbedingt. Und hier sind dann Wädernrote und so drin. Ja. Dann hier ums Eck haben wir ein Bett. Und das Bett ist etwas bequem, weil es dürfen nicht mehr da sind. Wir haben auch einen Föhn hier. Wir haben hier noch separate Schränke. Wir haben hier Lampen. Meine Lamp ist kaputt. Ist ja nicht schlimm. Wir haben einen Spiegel. Wir haben ein Handtuchpaket, weil wir in einem Hotel sind. Im Bungalow hat man. Muss man alles selber mitbringen. Ähm. Genau. Dann haben wir hier das zweite Bad. Das schönere Bad. Mit Toilette. Mit Toilette. Die ist so geklappt. Das macht man aber nicht. So. Genau. Viel schöner die Dusche. Eine große Regendusche mit Abfletscher. Achso. Erst die Dusche. Entschuldigung. Hier ist ein Abfletscher. Da ist ein Abfletscher für. Das haben wir doch stehen lassen. Ausladen. Oder nicht? Ich weiß nicht. Oder man überschlemmt das Bad. Kann auch sein. Wir fragen mal nachher deine Eltern, ob die auch sowas haben. Ja. Mit Waschbecken. Amenities. Haben wir doppelt. Noch ein Fußhandtuch. Ja. Das war's, ne? Würde ich sagen. Ja. Also ich find's richtig gut für den Preis. Richtig schön. Muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Du bist ja eher so der Bungalow Typ. Ich bin gewachsen aus. Nein, nein, nein. Bungalow ist schön. Ich bin der Badewanntyp. Ja gut, stimmt. Aber da wir vor zwei Wochen schon eine Badewanne hatten, hab ich dann gesagt, komm, ich weiß drauf. Brauchen wir nicht. Genau. Weil wir so spontan sind und wir jetzt gerade erst 7 Uhr haben, gehen wir nachher noch um 20.30 Uhr zum Weihnachts-Entertainment in die Actionfactory mit meinen Eltern. Da müssen meine Eltern auch einmal sagen, hallo, wir sind auch im Vlog. Und ja, dann nehmen wir euch nochmal mit, zeigen euch wieder so ein bisschen die Preise vom ganzen Aufenthalt und morgen geht's dann große Fressen. Brunch und Luxus-Buffet. Ja, da fragen wir uns schon drauf. Willst du noch was sagen zur Parking-Situation? Oh, boah, Leute. Ey, hier am Hotel, die Straßen sind so, also da passen einen anderen Teil Autos, sag ich jetzt mal nebeneinander durch. Und diese Autos stehen mitten auf der Straße zum Parken. Also das war für Chris wirklich Millimeterarbeit, dass der da durchgepasst hat. Dann ist da ein Wendehammer, du kommst dann quasi nicht ums Hotel durch, sondern drum herum, sondern musst wenden am Wendehammer und die stehen im Wendehammer parken. Hättest du, das war wirklich, also... Wenn wir gleich zur Actionfactory gehen, wenn der dann auch steht, filmen wir das einmal. Er steht einfach mitten im Weg. Naja, und ich denke mal, die Leute vom Center Park, die wissen das. Da müssen die, finde ich, schneller handeln. Das ist ein kleiner Minuspunkt, aber ansonsten das, was wir schon gesehen haben, ist sehr, sehr schön. Genau, bis gleich. Auspacken! So, da sind sie. Hallo! Frohe Weihnachten! Wo geht's jetzt hin? Actionfactory. Ganz genau, für Weihnachtsmusik. Nein, ich hab doch einen Bruch zu dir, das ist aber ganz einfach so. Das ist das besagte Auto, was hier komplett mitten auf der Straße steht, warum auch immer. Und im Wendehammer, wo wir jetzt hinkommen, da stehen einfach Autos. Das ist ein Wendehammer zum Drehen. Aber da stehen einfach alle Autos am Parken. Musik Musik Wie im Center Park üblich könnt ihr wieder per QR-Code bestellen. und mit Kreditkarte bezahlen. So haben wir es jetzt auch gemacht. Wir haben insgesamt 3 Bier und Mareike hat eine Cola bestellt. Ich glaube, da kann man solche getränken. Oh, lecker. Ich kann mal Schlag sagen. Wenn ich wüsste, dass der Apfelkuchen ist, so wie ich den mag, ohne Rosinen, würde ich den ja nehmen. Aber das ist, glaube ich, so ein englischer Apfelkuchen. Und wenn ich wüsste, was der Kuchen des Tages ist, Portion, Käse und Wurst, das hätte ich genommen. Das ist nicht Obfuhrart. So, wir sitzen hier im Factory Café. Wie findest du es, dein erster Eindruck? Sehr laut. Ich schicke übrigens 8 Stück, 10 Euro. Ja, Preise sind hoch, wie wir es halt kennen im Center Park. Es ist ein bisschen wie ein Bahnhof hier. Also hinter uns ist noch so ein Spielplatz. Da hinten ist noch die Gamehalle. Guck mal, das gibt es jetzt alles nicht mehr. Entschuldigung, aber es gibt nicht alles. Die Bowlingbahn ist auch noch hier und die Billardtische auch noch hier. Ja, hier ist dann morgen Abend auch die Show Wash-O-Matic. Die gucken wir uns auch an. Die war ja in Hetmerdal sehr, sehr gut. Ich bin gar nicht mehr so rein, wie ich so bin. Drei gar nicht mehr so gut. Ja, hier ist dann. Das ist auch ein bisschen. Und eine Helle goede Abend, dames und Herren. Welkom. Was sehr gut, dass ihr alle so anwezig seid. Ich sehe hierzu da Menschen die hier in Unsteen mal... Weihnachtsmusik Das war's für heute. Ich habe eine Umfrage gedacht, das meistgehasste Weihnachtslied. Ich habe eine Umfrage. 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 Von meiner Mutter funktioniert das Armband nicht, das heißt sie kann nicht ins Aquamundo mit dem Armband. Deswegen gehen wir zur Rezeption und reklamieren das halt. So mein Gott, Personal ist hier so freundlich, der Hans in der Rezeption, wirklich sehr freundlich, haben jetzt direkt Bowling reserviert für Mittwoch um 1 Uhr und uns Bingo Karten geholt für Donnerstagabend. Ab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wir haben uns jetzt ein bisschen in der Marina umgeschaut. Die Eisbahn und das Café und die Brasserie hat alles zu wegen Weihnachten. Öffnet erst ab 17 Uhr. Und jetzt gehen wir nochmal in den Supermarkt. Der scheint hier nämlich auch sehr, sehr groß zu sein. Und Mareike möchte, glaube ich, ein paar Snacks haben. So was wie Chips und Flips und so weiter. Oh, soll ich das drauf machen? Ja. Oh, schon. Oh, schon. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Chris' Eltern haben auch so einen Pulli So, die anderen Pullover leuchten auch Jetzt müssen wir noch das Licht ausmachen Bereit? Ja, guck mal Party! Peinlich! Ja Das Buffet kostet übrigens 55 Euro pro Person Also 220 für vier Personen Und ja Es gibt aber auch Gold zu essen Ich zeig euch jetzt nur was Besonderes ist Getränkestation habe ich euch schon beim Brunch gezeigt Können wir auch Und nur was es Besonderes zum Weihnachts-Luxus-Buffet gibt Zeig ich euch jetzt Dann zeig mal wie gut du Bier zöpfen kannst Dann würde ich den jetzt erstmal spüren Ja Ja Karte drauf Und dann läuft der doch automatisch Ne Ist doch keine Chance, der läuft doch immer grün Wolle ich? Jetzt kommt Mareike Ja Passt, passt, passt Es ist etwas besser, guck mal Du musst den Hebel wieder ausmachen Also wir haben es einfach alle nicht drauf Das ist äh Rosé Ja, das ist sweet Ja Auch und wieder zu davor Zu minus ass ку Das läuft besser Ja Den kannst du auf und zu machen usement Ich gehör Du gosh Glory je Lass, Lass Dings, Gifts, Saving for Fingers I'm here to someone special Musik Wir sind jetzt hier. Merry Christmas, alle! Musik 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 Hatte ich auch so noch nie in einem Center Park. Entertainment, direkt Livemusik. Die haben sich verkleidet als Nikolaus, Weihnachtsmann, Elfen. Nicht der Nikolaus, der Weihnachtsmann. Richtig cool, also das gefällt mir sehr gut. Essen ist gut, jetzt aber nicht so viel mehr Auswahl wie beim normalen Buffet. Es gibt jetzt keinen Sektempfang sozusagen oder nichts anderes, was besonders ist. Eine Eistatustädte, aber Buffet ist trotzdem gut. Aber 55 Euro total überzeugt. Ja, Weihnachtsmann. Sehr lecker, nichts besonderes dabei an Essen, aber qualitativ sehr gut. Ja, aber 55 Euro ist mal wieder nicht wert, aber wir lernen nicht raus. Wir haben meinem Vater jetzt einfach nochmal ein Bier gezapft. Das dritte, obwohl er gerade auf Toilette ist. Also wir stellen uns jetzt einfach mal auf, ob er es merkt. Ich will euch dann gleich zum Nachtisch. Oder du willst nicht, ne? Du willst keinen Nachtisch mehr. Mareike will auch keinen Nachtisch. Ja, mein Glas war doch noch gar nicht leer. Hä? Hä? Oh, oh, das war wohl ein Bier zu früh. Hä? Was denn? Ein Bier zu früh. Ich sag, mein Glas war doch noch gar nicht leer. Das war genau so voll. So, nach diesem wirklich sehr guten Essen. Nach diesem sehr guten Essen, Schweinefilet war das Beste, was ich jemals gegessen hatte. Geht's jetzt zur Show? War Showmatic. Darauf freuen wir uns schon. Sehr voll. Da kommt jemand. Rudolfs Rettnuss Reindier, lalalalalala. Rudolfs Rettnuss Reindier, lalalalalala. Rudolfs Rettnuss Reindier, lalalalalala. Okay. Ein Bier zu viel, eindeutig. So, auf geht's. Was? Ein Bier zu viel? Mareike sieht aus wie... Ja. Meine Kapuze ist zu groß, irgendwie. Das wievielte Bier? Das ist doch nicht. Ich sehe doch, meine Bier ist richtig. Ich hab Mojitos. 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 Guck mal Honig in so einer Packung. McGuck mal alto. Woof. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's. Gernot, don't you dare be how I will Ooh, don't you dare be how I will You're gonna hear me grow Gernot, I'm gonna dance Because I'm not here Bringshame I just stand when you're on my chest Oh, that you know it Well that you know it You should know that you're the best girl All that you know, yeah What should we know that I'm worthy? You'll sleep with your own own To eat me toast with your own Right now, rollin' on the horse Make your so creamer So you're a tough guy Like you're a really rough guy Just can't get enough guy Just go where's the love guy I'm the third time Make your mama sad time Make your girl a bad time Right so choose your death time I'm the third time Duh I'm the third time 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 Woo! So you're a really rough guy So now, rollin' back You better talk and get a talk from your head So now, see the books that I'm out of my mind I'm the third time Make your tracks up, man I'm the third time Stop running back Give me time I'm the third time Be here I've been waiting for you I want to blow my mind Darling, baby, you can't get it If you've got that thing If you want to hear you say You better play that track You better play that track You better play that track I'm the third time Come on You better take that track Eår I move on Give me that track Musik 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 So, zurück im Bungalow. Show war richtig gut, richtig gute Sängerin dabei, also hat uns sehr gut gefallen. Ähnlich gut wie in Head Merda. Ja, jetzt machen wir erstmal einen Tag Pause hier mit dem Vlog. Aus dem Grund, weil morgen kommt ein separates Video Wallaby Holland Bright Nights. Ein Weihnachtsevent im Wallaby Holland. Und wir lassen uns komplett überraschen, haben uns nicht spoilern lassen, gucken uns das komplett mal an das Event. Da gibt es einen separaten Vlog, verlinke ich euch am Ende dieses Videos, weil der Bright Nights Vlog vorher rauskommt, vor dem Centerparks Vlog. Und bis dahin, wir sehen uns dann hier wieder am Mittwoch mit dem normalen Buffet, mit dem Frühstück, mit Bowling. Ja, das reicht dann auch erstmal. Und am letzten Tag kommt dann das Aquamundo. So, also der Vlog geht sehr lange, es tut mir leid, aber fünf Tage Weihnachtsvlog in dem. Guten Morgen. Guten Morgen, Tag. Mittwoch. Vier, drei, ich weiß es nicht. Also Tag drei voll Kontakt sind wir angekommen. Also Tag drei, ein Viertel. Gestern den ganzen Tag im Wallaby gewesen. Ist die Wallaby, meine. Video ist schon online, wenn ihr es sehen wollt. Wird am Ende verlinkt, aber auch. War ein schöner Tag. Vielleicht. Vielleicht nicht ganz so. Ja, ich bin ja wieder krank. Ja, ich habe gute fünf Stunden geschlafen. Mareike auch so ungefähr. Denn wir gehen jetzt gleich Punkt 8 Uhr zum Frühstück. Gucken uns mal an, was es da so morgens gibt. Tocomel. Es ist wohl nicht so voll morgens. Apfel da. Sagen meine Eltern. Franchendach. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich klamme Tee. Du klamst dir Tee. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Nicht zu viel, so Kaffeemaschinen und so. Zeige ich euch nicht. Die steht ja immer noch am gleichen Fleck. Und dann geht es heute Bohlen um 13 Uhr. Und heute Abend haben wir dann das normale Buffet gebucht. Ohne Luxus. Ob ich mit Bohlen gehe, weiß ich noch nicht. Gerade sitze ich eher nach Nein aus, weil ich gesagt habe, ich ruhe mich dann heute lieber aus. Damit ich morgen, ich möchte jetzt Aquamundo gehen. Und so kann ich nicht ins Aquamundo gehen. Genau, morgen ist noch Aquamundo als großes Highlight. Ja, die Emo soll sehr, sehr schön sein vom Aquamundo. Ja, auch toll. Ja, und hier der MacBook lädt gerade das Brightmines Video hoch. Naja, zu viel gelabert. Meine Eltern kommen um 8 Uhr. Ich gehe jetzt das Auto anschließen. Bis gleich. Habe ich die Ladesage schon gefilmt? Habe ich. Glaube schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Weihnachten ist vorbei und es regnet wieder. Ist das nicht schön? Auf dem Armband von Hotelgästen ist das Frühstück hinterlegt. Ansonsten 17,95 pro Person. Da sind die Ladesage schon gefilmt. Und dann würde ich das nicht mehr füllen. Genau, da ist das Das ist besser. Wie geht das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde, das ist zu wenig Auswahl für 17,95 Euro Als Hotelgast hat man es gratis Wenn man es umrechnet, kostet der Übernachtungspreis schon Nur noch 103 Euro Ne, gar nicht wahr Noch weniger Um die 80 Euro, 87 Euro Also ist schon nicht schlecht als Hotelgast Aber einmal frühstücken reicht mir Vielleicht gehen wir am Abreisetag nochmal frühstücken Entschuldigung Ich bin krank Mann, ey Scheiße Immer im Urlaub So, nochmal Haja gemacht Jetzt geht's zum Bowlen Ich muss meine Weihnachtstradition ja Aufrechterhalten und jedes Jahr gewinnen Heute ein Gegner weniger In der Maracke geht's nicht so gut Sie hat relativ starke Kopfschmerzen Und ist ja auch erkältet Hoffentlich kann sie heute Abend mit zum Buffet gehen Weil heute Abend ist nochmal Evergreens normales Buffet Ist immer ein Highlight Dann muss ich meine Eltern jetzt alleine abziehen Ich zeige euch ein bisschen von der Bowlingbahn Aber jetzt nicht ganz so viel Und das Game Town wollte ich noch abfilmen Und es regnet mal wieder Nächsten Mal ist hier Und es regnet mal wieder Spannende Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die ersten beiden Würfel mal komplett verhauen, beim ersten nur drei und beim zweiten nur acht. Lange nicht gespielt, ich spiele auch nur einmal im Jahr und Getränke sind schon da, ich habe wieder ein bitter Lämmen und da ist wieder Bierzeit. Fleisch, wie soll denn jetzt das Ketchup da draufkriegen? Aber wie soll ich das Ketchup da draufkriegen? Aber wie soll ich jetzt noch da draufkriegen? Die Ketchup & factor werden. Und wie soll ich denn das Ding da draufkriegen? Ich habe die Ketchup dieses Jahrs hochgedrги. Das sah ich wirklich mal, dass ich mich noch nicht möchte. Hier kellen sich die Ketchup auf einen Aufmerksamkeit. gut auch gut 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 ein Vielen Dank. Ja, das muss ich mal festhalten für die Ewigkeit. 90 Punkte, ich habe 76 und du hast 61. Ja, habe ich noch nie geholt, 90 Punkte. Ja, unglaublich aber wahr. Ich habe dieses Jahr aber nicht gewonnen. Ich war aber auch sehr schlecht, muss man auch dazu sagen. Aber die blaue Kugel war deine. Jede Runde hier mindestens 8 weggeworfen. Wahnsinn. So, jetzt haben wir zwei Stunden off. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ja gut, um 17 Uhr haben wir das Buffet. Mal gucken, ob es heute wieder Schweinefilet gibt. Hm, lecker. Hunger habe ich jetzt schon ein bisschen, aber dann habe ich nachher noch mehr Hunger. Und dann gibt es noch ein paar Impressionen vom abendlichen, normalen Buffet. Was 39,95 pro Pesukus kostet. Ja, das ist schon mal. Ja. Ja. Vielen Dank. Und heute? Heute ist es nicht so toll, also es ist schon viel Auswahl, aber es ist nicht so die Auswahl, die wir jetzt so mega gerne mögen. Aber mein Gulasch und Kommes mit Gulasch geht immer. Ja, heute kein Schnitzel, kein Steak, Soßen, Honig, Senf und Bratensoße ist nicht ganz so mein Geschmack heute. Und wie findest du das Buffet heute? Super lecker, echt. So, Buffet liegt jetzt schon ein bisschen hinter uns. Und wir sind jetzt ganz spontan und gehen ins Grand Café. Grand Café, damit wir euch das nochmal zeigen können. Mareike hat jetzt gerade so einen ganz guten Punkt und möchte, glaube ich, ein Chocolat Fantastic. Ja. Jetzt haben wir gleich schon halb neun. Deswegen gehen wir mal ins Grand Café und zeige euch das Grand Café. Das hat heute bis 10 Uhr geöffnet. Das hat heute bis 10 Uhr geöffnet. Das hat heute bis 10 Uhr geöffnet. Und wie findest du das Grand Café? Ganz nett. Also, es ist schön gemacht. Es ist wirklich, ich finde, die Ebenhofer hat sehr detailreiche Gebäude und Innengebäude. Finde ich sehr schön. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit einem richtigen Market-Dom, aber es ist trotzdem schön. Was hast du dir bestellt? Ein Chocolat Fantastic und ne kleine Pepsi. Ein Mus. Ich vertreibe mal, der Löffel ist ein bisschen zu groß. Lecker. Der Löffel ist ein bisschen zu groß. 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 Vor ein paar Tagen wären wir noch zu viert schwimmen gegangen. Mareike ist krank. Mein Vater ist auch krank. Aber so krank, dass sie heute sogar schon abreisen. Jetzt gehe ich gleich rüber. Sag einmal Tschüss. Und ja, dann gehe ich gleich um 10 alleine ins Aquamundo. Nehme euch ein bisschen mit. Zeige euch das ganze Aquamundo, soweit ich darf. Ob ich es auf die Rutschen mitnehmen darf, das Handy. Mit Band natürlich. Schauen wir mal. Und ja, dann verabschieden wir mal eben meine Eltern. Und dann gibt es Einblicke aus dem Aquamundo.de. Und dann gibt es ein bisschen zu groß. Und dann gibt es ein bisschen zu groß. Und dann gibt es ein bisschen zu groß. Untertitelung. BR 2018 So, das ist tatsächlich das erste Schwimmbad im Center Park, wo man nicht auf den Rutschen filmen darf. Also ich auf jeden Fall nicht. Es gibt natürlich auch andere Videos bei YouTube, die dürfen filmen. Ich habe extra ein Band mitgenommen, damit nichts verfehlt, aber nein. Die Turbo Twister-Otze mit dem Reifen, die hat schon eine kleine Halfpipe in sich, was nichts Besonderes ist. Durfte ich auf jeden Fall schon mal nicht filmen. Mal gucken, ob ich die Wildwasserbahn filmen darf. So, das ist ein paar Mal. Das war's für heute. Ja, der kommt, ich habe die Stücke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020